Und Action! Das wollt ihr euch mal fetzen, ja? Das kriegt ihr ja sonst gar nicht mit bei YouTube. Und da baggert der eine mit der anderen. Hier nennt sich eine Kitty-Katty. Die baggert hier mit den Fuchs, die, glaube ich, rum oder so. Oder ich habe mich verguckt. Und dann ist hier noch Hockey mit den Fiiui. Und da ist richtig was los hier. Das wollte ich euch mal sagen. Die sind ja alle am rumbaggern. Und übrigens, wir haben ja gerade, das habt ihr leider nicht gesehen, das haben wir nicht aufgenommen, weil wir haben ja nur das Tutorial für LOL. Wer es jetzt nachträglich dieses Video sieht, wir hatten ja nur LOL, so ein Tutorial-Dings-mäßiges, was du denkst zum Nachdenken aufgenommen haben. Und dann haben wir danach noch ein Spiel gemacht. Das wollte ich einfach mal sagen. Und wir haben glorreich, wir haben glorreich, für Damacia, leider verloren. Leider verloren, glorreich aber. Und wir haben nicht aufgegeben. Wir haben nicht aufgegeben. Ja, wollte ich nur mal sagen. Wir haben bis zum bitteren Ende haben wir gekämpft und die Flagge des Krieges aufrechterhalten. Naja, so viel mal dazu. Habt ihr das gehört? Das hat sich fast, als ob man die wirklich, fast hat man, naja, bin ich weiter darauf eingehen. Okay, Mann. Und Kitty, Kitty sagt, PS, help me. Was denn, was soll ich dir helfen? Brauchst du ein Pupowatschel? Pupowatschel. Pupowatschel. Ja, komm, Kitty, 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 Kitty. Warte, die macht mich ganz kittykatt. Du machst mich ganz kittykatt. Kitty, Katty, komm zu mir. Komm, versteck dich hinter mir oder so. Versteck dich, komm unter meine Denke. Versteckt euch, die armen kleinen Mädchen hier alle, bitte. Kommt alle unter meine Decke. Da seid ihr geschützt. Äh, ja. Das war komisch gerade. Äh, da denken wir auch nicht weiter drüber nach. Äh, äh. Hör ich ja nicht zu was. Das kann sie sich schon. Cybermobbing. Ja, für die YouTube-Leute. Hier gibt es Cybermobbing. Wir haben heute wieder ganz viele lustige Trolle da. Die Heater sind da, die Flamer und sogar die Lamer. Also die ganze Caste ist da. Voll geil, oder? Ich stelle euch mal vor, wenn wir erstmal Counter-Strike spielen und Minecraft und, ja, und noch andere Spiele. Da sind alle nachher da. Die ganze Caste ist da. Und wir haben Unterhaltung pur im Shit. Ja, irgendwie so, glaube ich, zum Nussens. Oh, äh, warte mal. Ähm, Bambi-Rilli-Relativ. Warte mal, was? Bambi-Relativ oder so? Warte mal, ist das gerade richtig? Bambi-Relativ vor allen Dingen. Bambi-Relativ. Ist es auch ein Mädel? Ist es ein Bub oder ein Mädel? Bub, Bub dürfen leider, Buben dürfen leider nicht unter die Decke. Nur die Mädels dürfen unter die Decke. Dann können wir einen Pyjama-Abend machen. Ich hab noch, wisst ihr, dass ich noch nie einen Pyjama-Abend bin? Ich würde auch gerne mal so mit lauter heißen Frauen so einen Pyjama-Abend machen. Und ich sitze in Nonnenkleider da. Nein. Ich würde gerne mal so einen Pyjama-Abend mit richtig heißen Frauen machen. Und dann würde ich die ganze Zeit unauffällig so gucken, immer so. Und dabei, genau, Pyjama-Abend und dabei gucken wir Horror-Filme. Und dann kommen die alle kuscheln. Ach, Kosi. Kosi, du redest dich ja wieder um Kopf und Kragen. So, aber das sind wir ja gewöhnt. Okay, dann los jetzt. Worum geht's? Worum geht's? Was wollte ich eigentlich gerade? Wollte ich jetzt eigentlich den Stream beenden? Oder wollte ich jetzt noch weitermachen? Und zwar, jetzt geht's los, oder? Die Ankündigung. Was? Du darfst die, was? Jetzt ärgern. Herzlichen Glückwunsch. Was? Ich bin ein Mädel. Bambi Relativ ist ein Mädel. Mensch, sag mal, sind jetzt hier gerade so viele Frauen irgendwie da? Das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen unruhig irgendwie. Das macht mich ein bisschen nervös, wenn mir so viele Frauen zugucken. Das macht mich ein wenig, muss ich mal sagen, ein bisschen nervös. Aber was auch. Also wir machen jetzt erstmal dieses Ankündigungsvorstellungsvideo-Dings da, Bumse, ja? Und danach machen wir noch ein bisschen Big Bang. Ein bisschen Big und ein bisschen Bang. Nein, nicht was ihr denkt. Empire. Empire. So, und ja, Attacke. Und los geht's. Und zwar, folgendes will ich euch vorstellen. Ja, für die YouTube-Leute, Achtung, jetzt aufgepasst. Ah, okay, nicht mehr so ganz, weil ihr habt ja denn schon den Titel gelesen. Oh, ich hab voll, ich kann kaum noch reden, was ist mit mir denn los hier? Ich hab kaum was erzählt und kann kaum noch reden, was ist mit mir los? Ich war die ganze Zeit, für die YouTube-Leute, ich war die ganze Zeit eigentlich total schweigsam gewesen, ehrlich gesagt. Wirklich mal. Ich war ganz lieb und artig gewesen. Lasst uns mal einen Augenblick innehalten, geistig, um nochmal kurz runterzukommen. Erotisch gesehen, weil hier sind gerade so viele Frauen da, leider. Ich schreibe mir ganz viel, ich bin auch ein Mädel. Ja, ja, wahrscheinlich ganz viele Jungs schreiben jetzt, ich bin auch ein Mädel. Nein, 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 das glaub ich euch nicht, das glaub ich euch nicht. So, äh, gut. Und zwar, was ich euch vorstellen wollte, also nicht jetzt die Leute überhaupt, ich wollte, und zwar, wir sind jetzt ja bei, wir, gerade zwei waren ja schon, wir waren gerade bei Nico auf dem TeamSpeak, ja, auf dem, auf dem Surfer, auf dem TeamSpeak-Surfer gewesen. Da haben wir TeamSpeak gemacht. Das heißt, da werden wir auch die Moderatoren dann hinziehen, wenn die Moderatoren über TeamSpeak und so sich unterhalten wollen, erotische, kleine, Techtel, Mächtel und so, ihr versteht mich schon. Ne, und, äh, und da auf dem Team, auf diesem Surfer wollen wir jetzt auch, äh, ab und zu mal immer wieder mal so ein bisschen, wollen wir da auch so ein bisschen LS15 spielen, ja, LS15, Landwirtschaftssimulator. LS15, Landwirtschaftssimulator und vielleicht auch so andere Spiele, die man auf dem Surfer vielleicht spielen kann. Das muss man halt mit Nico besprechen. Nico ist da so, sozusagen, der, der Todesstern und der Darth Vader, sozusagen, und ich bin halt die Lea, die da spielen darf. Auf, auf Nikos Todesstern. Ja, irgendwie so. Und, ähm, ja, und, Oh, oha, Nathalu hat oha gesagt. Nein, das sollen doch nur die Jungs immer sagen. Und, äh, da wollen, wollen jetzt so viele Mädels unter meiner Decke kommen, dann brauche ich aber eine große Decke. Dann brauche ich aber eine große Decke. Alle Mädels, die gerade von den Jungs so böse angebaggert werden, obwohl die Jungs gar keinen Baggerschein haben. Ihr müsst nämlich, um die Mädels hier im Chat anzubaggern, braucht ihr nämlich einen sogenannten Baggerschein. Ja. So, und ohne Baggerschein dürft ihr die nämlich gar nicht anbaggern. So. Habt ihr davon. Also, wir schauen uns mal, wir schauen mal kurz rein. Also, wie gesagt, für die YouTube-Leute. Um wem es interessiert, für die Livestream-Leute. Wie gesagt, danach wollen wir dann aber noch schön ein bisschen Big Bang kurz mal. Da ein bisschen ein paar Hits laden, ein bisschen Geld machen, ein bisschen Diamanten und so. Sex, Drugs, and Rock'n'Roll. Okay. Ich muss jetzt mal gucken. Denn ihr dürft nicht alles sehen. Versteht ihr, denn ich gehe jetzt auf den Surfer. Und das ist ganz gefährlich alles. Warte mal. das könnt ihr jetzt nicht sehen, ich drück mal weiter ja, warte mal also man startet diesen Landwirtschaftssimulator ja, und dann das zeige ich euch dann, wenn wir mal zeige ich euch, also das ist ja für Landwirtschaftssimulator Freaks, ja die kennen ja, das kommt dieses Anmeldemenü ich zeige euch das gleich nochmal, wenn wir wieder draußen sind aber jetzt gehen wir es mal rein hä, was sagst du gerade? ja gleich, pass auf, geht gleich los das dürft ihr ja alles nicht sehen, das ist sozusagen alles geheim äh, ja Kitty, Kitty, warte mal, ich kann die Schriften wer seinen Profilname mit grüner Schrift hat ist hier schlecht zu lesen bei mir die fallen dann automatisch immer in die Flamer, Lamer, Heater Gruppe rein, ja, macht also keinen grünischen Namen, dann seid ihr automatisch tatverdächtig und zwar, was, Kiri, Kiri kann ich nicht lesen, weil die Schrift ist zu grün aber hat auf jeden Fall einen Baggerschein aus der Lottobude ach, da hast du den her, da, ja, da gibt es ganz viele sind aber, sind aber leider nicht so gut weil die sind meistens, die haben Ablaufterminen ja, die haben Ablaufterminen, deswegen holt ihr lieber das von woanders bei Ikea zum Beispiel so, äh, Spiel beitreten dann dann geht man auf De Schnee Hemmene und, kann man das sehen? Nein, noch nicht, gut und dann gehen wir mal rein und dann sind wir drin jetzt können wir umschalten ja ach so, startdrücken ich warte, Nanu weil, nun passiert dir nichts und wir haben erstmal, Nico hat erstmal uns die Björnholm Karte aufgesetzt, ja das heißt, hier wird, also irgendwann mal werden wir zwischendurch immer mal vertrauenswürdige Personen, die da mitspielen dürfen wird hier hart gearbeitet ja, hier lernen wir das Arbeiten sozusagen So, ich wollte euch einfach schon mal zeigen, schaut mal. Jetzt sind wir doch tatsächlich auf dem Surfer. Ich war noch nie auf dem Surfer gewesen. Lasst uns die Natur genießen. Kurz mal am Erschlein kratzen so. Ja mei, hier ist die Welt noch in Ordnung. Eigentlich wollte ich dazu noch Musik einspielen. Unsere schöne Musik, die wir immer haben. Es fehlt so ein bisschen die Musik, oder? Es ist so ein bisschen trostlos. Wollen wir die Musik einspielen? Komm, wir spielen die Musik noch ein. Warte, ich suche die Musik schnell. Lasst uns das noch ein bisschen Musik haben. So eine Art beglückwünschungsfeuchtfröhliche Musik. Warte, ich suche uns die Musik. Da müssen wir auf den Landwirtschaftssimulator. Dann auf Musik. Welches ist es denn? Warte, ich muss mal erst mal aktivieren. Warte, ist es das? Oder war es die Endmusik? Warte. Scheiße, welches war denn die Startmusik? Ja, ich glaube das hier war es. Moment. Das machen wir auf was. Welche Lautstärke müssen wir noch machen? Weiß ich jetzt gar nicht. Machen wir mal 40, oder? Dann machen wir noch. Pass auf, wir machen nochmal eine schöne Begrüßung nochmal. Mann, ich habe jetzt 80 Milliarden Fenster gerade auf. Kleiner Moment, ich sehe gerade den Chat. Ich will mal schnell noch die Begrüßung hinbekommen. Schnabbelibu, schnabbelibi. Warte mal. Okay, jetzt nochmal, so wie früher. Also, Achtung. Drei, zwei, eins. Ey, ihr seid jetzt live dabei. Wir tun jetzt so, als wenn wir gerade neu starten. Achtung. Drei, zwei, äh, wo ist jetzt das Playbutton hier? Warte, drei, zwei, eins. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei RS-15 Landwirtschaftssimulator. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und ordentlich mitmachen könnt, ja? Jetzt haben wir durch Nico, das ist ein echt dufter Typ, haben wir endlich einen Safer, wo wir wir ordentlich mal reiten können mit unserem Bullen, ordentlich Traktor fahren und mal richtig einen drauf machen können. Dann ist die Arbeit getan, wisst ihr, gehen wir anschließend in unsere Schenke und hauen mal so ein paar richtige Becher weg. Versteht ihr mich? Aber es ist nichts für kleine Mädchen, sondern ihr wisst, wir trinken die großen Becher, all right? Und eins kann ich euch versprechen, hier wird noch gearbeitet, ja? Hier kann keiner Blaumacher von seinem Hof, nur damit ihr Bescheid wisst. All right, man. So, und lass uns mal ein bisschen gucken, was uns hier erwartet. Nimm mal ein bisschen reinschauen, all right? Gut. Dann mal Run an die Arbeit. So. So, jetzt bin ich wieder bei euch. Cosima, du hast ja noch eine Klatsche. Nein, ich habe keine Klatsche. Dann könnte ich wenigstens die Fliegen besiegen. Oh, jetzt. Für die YouTube-Leute, die reden ja gerade über heiraten. Oh man, ihr wollt schon wieder heiraten. Das finde ich echt cool von euch, ja? Heiratet, bekommt Kinder und werdet glücklich, Mann. Frau, geht mir nicht auf den Sack. So, ähm, dann los. Geh mal wieder rein. Die Musik geht von alleine aus. Hoffentlich. Also, so. Wir gehen mal kurz, nur mal ein bisschen kurz gucken. Fragezeichen. Ja, willkommen. Good, willkommen. It's good. So, da leh. Apropos, ist das eigentlich laut genug? Warte mal. Wer hat... Warte mal, ich gucke mal wegen der Lautstärke. Nein, es wiederholt sich. Ich sagte mal, dann hört es wahrscheinlich auf. Nein. Mensch, es Kinder. Ne, 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 warte mal. Hol mal zurück, hol mal zurück. Mann, du bist ja schon wieder völlig aufgeregt. Warte mal, und zwar das andere Film zum Schluss, wenn wir die Aufnahme enden. Warte. Mach mal. Yeah. Le, 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 le. Zu laut, zu laut. So, ich hoffe, es ist... Warte mal, ist das jetzt zu laut? Junge, wie man es auch so für Aufregung bei so... Test, ein, zwei, ja, gut, okay. Für den Schluss. Für den Schluss. Zum Schluss kriegt man noch einen Kuss. Kitty, Katty. Ich bin mal für zwei Stunden schlafen. Was? Warte mal, das muss ich jetzt, bevor ich von Nippus-Voran-Dypnisiert werde und gar nicht mehr gehe. Ah, die... Kitty, Katty. Kitty, Katty. Ja, Mann. Aber dann verpasst du die Big Bang Empire, Mensch. Das machen wir gleich. Ich spiele jetzt hier nicht. Ich würde nur mal kurz... Ihr wollt mal kurz zum Haus gehen. Kurz mal zu dem Treckerler. Keine Ahnung. Und dann ist es schon wieder fertig mit der Aufnahme. Aber genau, Kitty. Ne, ich schlafe lieber. Wir sind ja sowieso täglich da. Also alle, die jetzt... Geht mal ins Bett schlafen jetzt. Ruht euch aus. Es kommen noch glorreiche Zeiten, hoffentlich. Ich mache es so lange bei Twitch, bis ich gebannt bin. Wenn ich dann gebannt bin, kann ich nicht mehr zu euch kommen. Aber ich versuche so lange da zu bleiben, wie ich darf. Solange ich spielen darf mit euch, Gaming machen darf, Spaß haben, rumblödeln. Solange bin ich bei euch, bis ich dann nicht mehr da bin. Und dann bin ich weg. Dann könnt ihr euch bei den Heatern, Flamern, Lähmern und Trolle bedanken. So. Aber jetzt erstmal, lasst uns mal noch schnell... Was wollte ich denn jetzt gucken? Den Chat, den Chat, den Chat. Junge, Junge. So. Und rein wieder. Haben wir alles richtig? Ich glaube schon. Ach nee, Mann. Ich wollte doch gucken wegen der Lautstärke von dem Spiel allgemein und so. Nein, nicht starten, nicht starten. Wo gehst du hin? Geh mal raus wieder. Geh raus. Ehe drücken. Da wollte ich doch erst hinlaufen. Jetzt bin ich viel zu weit. Wo sind wir denn jetzt hergekommen? Wo sind wir hergekommen? Boah, jetzt sind wir schon an einem Trecker hier. Wo waren wir? Wir kamen von da hinten. Kannst du schneller laufen? Hier, mit Schiff. Ja. Ja. Ah, hinten waren wir. Da hinten. Du hast uns ja vorgespoilert. Nicht vorspoilern hier. So, jetzt aber nochmal raus. Achso, kann ich gar nicht raus, oder was? Ach, ich kann jetzt doch alt und so. Mensch. Und zwar wollte ich doch gucken, auf was steht denn das? Ne, steht doch 30. Müsste ja gut sein. Werden wir ja sehen dann. Aber jetzt nicht, heute ist sowieso kein Soundcheck, bla bla, sondern heute ist ja nur mal kurz Spoilern schon mal ein bisschen angesagt. Das, das, schätzt, zack, rein wieder. So, jetzt, wir wollten noch zum Haus. Los, renn mal. Dann nimmst du ein bisschen ab, dass der Bauch nicht so dick wird. Schaut mal, hier wohnen wir übrigens, ja. Und hier für die Zukunft, hier wäre richtig geil, wenn ich praktisch mal so einen Moder kennenlernen würde, so einen LS15 Moder, der mir hier ein primitiveres Haus hinmodet, sozusagen, damit man praktisch klein anfängt. Und dann, je reicher man wird und je größer der Fuhrpark wird, je besser, schöner könnte man dann das Haus machen oder so. Das wäre eine tolle Idee, oder? Das hatte ich ja schon mal in den Single, als ich das Single-Ding noch gespielt habe, gesagt. Guck mal, der Kamin. Erst mal so ein bescheideneres Haus und dann sozusagen, dass man wie so ein armer Bauer anfängt. Das wäre toll, oder? Dann könnte man es nach einer Geschichte. Übrigens, hier gibt es Tomaten. Wer will es gerne Tomaten? Hat Nico extra schon mal vor uns angepflanzt hier, ja? Wer Tomaten mag? Wer mag Tomaten? Wer kennt es? Frisches Brot mit frischer Butter mit Zwiebel, Salz und Pfeffer und Tomate. Und Tomate, ja genau. Wer kennt es? Wer hat das schon mal gegessen? Hier wohnen wir also alle. Hier dürfen die ganzen Hypnos-Volt-Mädchen, dürfen hier alle zu Besuch kommen. Ja, die Jungs ja auch. Die Jungs dürfen aber leider nicht in dem Haus. Ihr kriegt ein extra Häuschen, weil ihr müsst ja dann auf dem Feld arbeiten und so. Und die Mädels, wir gucken uns von der Veranda aus, gucken wir euch dann gerne zu, wie ihr so da arbeitet, so in der Sonne braun werdet. Und da, so die Männer-Variante da, ihr macht ja dann ein auf Männer da auf dem Felde und die Frauen gucken schön von vom Hause aus euch zu. Ja, irgendwie so. Nein, ich gehöre nur Hypnos-Volt. Hat er nur gehört Hypnos-Volt? Glaub mir, wir brauchen was Neues. Wir brauchen was Neues. Was macht ihr denn da alle? Was macht ihr denn da alle? So los. Guck mal, übrigens hier, ja. Hier darf man dann reingehen. Hier ist, ja. Ihr seht schon, da oben dampft es schon ganz heiß. Also hier drinnen wird man ganz heiß. Ja. Dazu ein anderes Mal mehr dann, ja. Ein anderes Mal mehr. Ein Bäumlein. Hier hat praktisch, wie heißt der Typ? Denen das Ding auf den Kopf gefallen ist. Der hat genau hier drunter gesessen. Ich verrate euch jetzt nicht seinen Namen. Nein, es war nicht Albert. Albert ist zwar auch ein guter Kumpel, aber es war nicht Albert gewesen. Ihr seht also, hier wächst schon das Korn. Braun. Wie die Deutschen mal sagen. Der Deutsche so braun wie das Korn. Ja, das wächst hier und das muss auch geschnitten werden dann irgendwann. Nicht von mir hoffentlich. Nein, doch. Nein. Und ja. Da hinten, da hinten sind die Hühner. Nein, nicht so eine Hühner. Nicht so eine andere Hühner. Diese Hühner können Eier legen. Okay, die anderen Hühner, die können auch, aber die legen eher was anderes. Das dauert meistens neun Monate. Ja, Mann. Das sind eigentlich auch Hühner, aber die legen was anderes. Und das schreit dann später auch so. Mama. 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 Also das sind andere Hühner dann größere, zweibeinige Hühner. Ach hörte, da schreien sie schon. Also die anderen zweibeinigen Hühner, die Eier legen. Ja, das gucken wir uns alles an in Ruhe. Ich wollte ja nur mal kurz, ihr seht also, wir haben es ja schon mal gesehen, aber jetzt sind wir halt auf dem Surfer und sehen das. Das ist also eine andere Welt. Schaut mal, hier steht auch ein schmutziger Traktor. Wir reden mal kurz ein Stück. So, jetzt hier. Ja, ihr seht, es ist schmutzig und der wird noch schmutziger. Da müssen wir uns später einen Kerscher kaufen. Irgendwann, oh nein, wir haben null. Nico hat uns das Geld weggenommen. Nico hat uns das Geld weggenommen. Da stand mal 11.000 Euro, stand da mal. Er hat uns unser Geld weggenommen. Nico hat uns Geld weggenommen. Jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Scheiße, Mann. Das ist ja scheiße. Ähm, ja. Aber das Leben ist hart, Leute. Ja, Nico hat sozusagen den Kredithai gespielt und hat uns unser erspartes Geld weggenommen. Der Kredithai Nico. Hü, hüpf. Habt ihr gesehen? Elegant rübergehüpft. Wie ein Bauer das mal so macht mit seinen Gummistiefeln. Ja, ihr seht also, hier ist viel was los. Hier können wir viel gucken, viel zu sehen. Hier gibt es sogar auch einen Leuchtturm. Hier gibt es Wasser. Hier können wir Surfing. Hier können wir die Beach Boys machen. Also die Mädels mit den Beach Boys zusammen. Fliegesitz, du kommst zu spät. Okay, äh, hüpf nochmal rüber und ja. Mann, geh mal weg. Ich will jetzt nicht spielen. Jetzt nicht mit dir spielen. Und hör auf mich zu begrapschen. So. Warte, sagt jemand. Warte. Ich will mal einen rauchen. Ja, denk dran, Marcel. Zwischendurch immer mal wieder einen rauchen. Und Nathalie sagt, das ist eine sehr gute Idee. Was meinst du jetzt damit? Jetzt melden die jetzt damit. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich will die Scheidung. Ach so. So, ich verstehe, verstehe. Gut. Warte, lass uns mal zu den Hühnern nochmal gehen. Hühner sind immer heiß. Achtung. Ich muss aufpassen. Nicht, dass ich beim rüberspringen noch drauf lande mitten im Schritt. Ja. Weil ihr seht ja hier. Guckt euch mal diese. Wenn du da rüberspringst und landest in der Mitte im Schritt auf diese Dinger. Dann. Autsch. Autsch. Sag ich nur. Ja. Deswegen, Achtung, ich muss jetzt einen eleganten Anlauf nehmen. Und. Und. Hopp. Oh, Mann, das war knapp. So, wo ist denn der Bespringer? Wo ist denn der unser? Erstmal ist hier nur einer. Ja, der Hahn. Fragt mich nicht. Hahn und Henne. Was die alle für Kul... Das muss man... Ich komme ja vom... Ich bin ein Stadtkind. Ich bin ja kein Dorfkind. Also, äh, äh, muss ich erst noch werden. Ich muss ja ein schönes Dorfkind werden, damit ich das alles... Also vom Lande. Ich muss ja vom... Das Landleben, kann man sagen. Das werden wir hier alles irgendwie lernen. Auf die harte, blutige... Nee, warte mal. Schwillen, schwillen, harte Hände, schwillen mäßige Art werden wir es wahrscheinlich lernen werden müssen. Und, ja, da ist er, guck mal, der Bespringer. Da ist der Hahn. Das ist sozusagen der Hahn im Korb. Wo gehe ich hin? Nicht auf dem Stach gehen. Da gehe ich von Leuten, da gehe ich von Leuten, da freue ich mich schon aufs Dach. Hier ist sozusagen Kamerad Schnürschuh. Ja, Mr. Wackelkopf. Mr. Wackelkopf in seiner vollen Pracht, in seiner vollen Größe, gibt er uns die Blöße. Und der fragt sich... Und der fragt sich gerade, hey Mann, wo sind denn meine ganzen Schnallen abgeblieben? Ich brauche unbedingt mal hier ein paar Bräute am Start. Ja, wirst du bekommen. Du kriegst ja deine Bräute. Logisch. Also, mach's gut, Kollege. Und bleib anständig. Mach hier keinen Schmutz. So. Na, also. Hüpf. Sag mal. Gut. Geh mal zum Haus zurück und da locken wir uns aus. Übrigens, hier geht jetzt auch die Karte. Ich habe euch doch schon so von dieser legendären Karte erzählt. Pass mal auf. Wie war denn das? Hier, zack. Seht ihr? Eine riesen Karte. Und da oben, könnt ihr sehen, ganz oben am Ende, wo die Schrift da, von hier unseren Stream, da die Schrift da ist. Da oben ist Wasser. Da oben sind, da wohnen die Beach Boys. Da werden wir dann mal, die ganzen Mädels so, fahren wir mal rüber und gucken uns die Beach Boys an. Da ist auch ein Leuchtturm. Den siehst du in der Nacht wunderschön am Leuchten. Ja, wunderschön. Aber erst in der Nacht. Das heißt, man fährt mit seinem Mädel, fährt man zum Leuchtturm, setzt sich in sein Cabrio, macht das Dach auf und guckt sich den Sternenhimmel an, während der Leuchtturm wird da den Leuchtturm dreht und dann legst du die Hand um deine Verehrteste und dann, naja, dann geht es ein wenig los. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen erstmal. Ja, ihr seht, Fantasie ist alles. So, da sind wir wieder. Wir gehen mal auf, wir stellen uns mal vor, wie der große Bauer, der auf seiner Veranda steht. Bäuerin, besser gesagt. Hört ihr, da fliegt übrigens gerade der Bauer. Der Chef. Und das ist der, wo ich dann immer, wenn ich was nicht richtig mache, dann muss ich zur Strafe immer Pfannkuchen essen und eine große Schüssel Mittag und alles. Dann werde ich noch dicker, dass ich Riesenbrüste bekomme. Das mag der Bauer nämlich. Ja, Mann. Der Bauer will mich unbedingt ganz dick bekommen. So, zack. Gut, das war es erstmal. Also haben wir mal eine kleine Surfer-Einleitung gemacht. Gut, gehen wir erstmal wieder raus. Zack. Spiel speichern brauchen wir nicht. Spiel abbrechen, jawohl, ja, ja. Ups. Ui. Ah ja. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, genau. So sieht es dann aus, das Startmenü, ne. Das kennen, die Insider wissen ja Bescheid. Beim Startmenü gibt es auch Multiplayer und so weiter und bla bla. Wie gesagt, so sieht das Startmenü aus. Genau. Dazu dann irgendwann mal mehr oder so. Erstmal reicht es ja so. Und vorher hat man mal hier Karrieremodus gespielt. Tüt, tüt, tüt. Gut. Das war es dann erstmal. Zack. Und das ist dann gleich ab. Irgendwie ein bisschen komischerweise irgendwie so. Naja. Gut. Schön. Klack. Aufnahme dann erstmal für die YouTube-Leute. Wisst ihr Bescheid. Mal sehen, wann wir dann immer Zeit finden mitzuspielen. Oder vielleicht die, die vertrauenswertet, können ja da immer drauf spielen oder so. Dass da ein bisschen gearbeitet wird. Mal sehen, wie das mit dem Surfer funktioniert. Und ob wir das durchgehend weitermachen mit dem Surfer. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal einen Surfer. Weil den Nico, der uns den super zur Verfügung gestellt hat. Und auch das TS und so. Den TS. Und mal sehen, wie wir das mit dem Surfer da, wie das alles funktioniert. Ob wir das weiterspielen machen, tun. Ob wir die anständigen Leute finden zum Spielen da. Just for fun. Landwirtschaftssimulator ein bisschen lernen. Das war auch, wenn man jetzt auch, sollte jetzt wieder Krieg kommen, dass wir auf dem Lande überleben können. Ja, wie pflanzt man Kartoffeln an? Keine Ahnung. Das war ein bisschen Landwirtschaft, dass wir überleben können. Ja, wir als Großstädter. Ich zumindest. Nicht, dass ich nachher renne im Wald, will was essen und dann sterbe ich dran, weil ich was falsch gesehen habe. Also keine Ahnung. Ja, okay. Wisst ihr also erstmal Bescheid, was uns erwartet. In den nächsten Jahren oder so. Wochen, Monate, Tage. Wir werden sehen. Mal gucken, was raus wird aus der Servergeschichte. Mal sehen. Gut.